1, 3, 2, 1, Klappe, zu! Ich kann loslegen. Ich liebe mittlerweile Discars, denn es ist ein wundervolles Instrument, um euch alles sehr, sehr nahe zu bringen. Wir beginnen beim Subjekt des Nachdem-Satzes. Postquam titus quinctius flaminius. Ein Dux der Romanorum. Vikit. Prädikat Vikit. Vikit hatte, besiegt hatte, wen oder was den King? Der Makedonum. Makedonum, genetiv, plural. Hauptsatz ist Quesita und Petita worden. Wer oder was? Pax ist Quesita und Petita worden. Pax. Pax ist Femininum. Pax hier nominativ singular. Femininum. Pax, Quesita und Petita. Von wem? Ab omnibus grekis. Ab omnibus grekis. Ab omnibus grekis. Paolo Post. Ein wenig später. Ball darauf. Jetzt kommen die isthmischen Spiele. Sehr interessant. Das ist ein Gegenstück zu den Olympischen Spielen. Also es gab damals nicht nur die Spiele in Olympia, sondern es gab die Spiele in Istmi. Es gab die Spiele in Athen, es gab die Spiele in Sparta. Nur die olympischen Spiele haben sich bei uns weiterentwickelt, weil es ziemlich bedeutende waren. Aber auch die isthmischen Spiele waren ziemlich bedeutend. Die waren da. Die isthmischen Spiele, die, que, akkusativ singular, die, ad i band, ad ihre, also hier nimmt man am besten aufsuchen, wer oder was oder besuchen, omnes benigentes grekis. Fast omnes gentis von grekis. Griechenland war ein loser Stadtstaat. Es gab überall Völker, Stämme, Stadtstaaten. Das ist kein einheitlicher Staat gewesen, Griechenland, wie jetzt, sondern war richtig aufgeteilt in kleine Staaten. Athen, Sparta, Mykene, Theben und so weiter. Greta war auch ein Teil davon. Und die wurden beherrscht von Königen. Ithaka mit König Odysseus und so weiter. Also, wie die omnes benigentes fast alle Völker, Grekie und die Sokii. Also, von weiter her, Verbündete, von weiter aus Mazedonien und was weiß ich, aus Italien, aus Sizilien, gerne aufsuchen. Damals aber waren hierher zusammengekommen, Weil sie kupiebern zu Noskere. Und was die römischen Senatoren, die Grieberand. Wem werden wer oder was die Griechen? Nun, serviere die Beere, servieren müssen. Nun, gsignum datum est und omnes, nachdem sie monitisund ermahnt worden sind, habendakuerund. Nunzius, der Archesitus worden ist, hat Prounziare verkündet. Die römischen Senatoris und der Imperator Titus Quinctius haben Statuerund, das hatten wir vorhin, Statuerund, dass jetzt der ACI, ab hier, dass alle Stämme, alle griechischen Stämme, Liberas seien und Suas Leges haben. Haben beschlossen, das ist wichtig. Bis hierher gebe ich es auf. Okay, und dann bis Domani, morgen. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Untertitelung des ZDF, 2020